Meine Damen und Herren, ein großes Schiff, ein Flugzeug, meine ich, startet, in 3, 2, 1, los! Ja, herzlich willkommen bei einem Gameplay-Video von GTA Online. Wir sind hier, ja, mit dem Motör Ghost Thunder unterwegs. Moin, moin, was geht auf? Ja, genau, hallo. Und er möchte uns ein Looping zeigen. Dafür müssen wir auch den Sniper noch rausnehmen, machen wir auch das Große. So, damit wir besser sehen, dass wir zoomen können. Und er macht jetzt auch ein Looping. Hoffentlich. Kannst dich schneller machen, du weisst wie. Genau. Es ist leider ein bisschen am Leggen, aber ich habe es vorher auch gemacht und habe es auch geschafft. Aber es ist sehr schwer zu stellen. Also die Kurve ist extremst. Wir haben vorher auch sehr viel anderen Mist gemacht, wie zum Beispiel ein Lastwagen mit Anhänger, also mit Kessel, Tank, wo oben frei ist, oder? Befüllt mit RC Banditos und man braucht tausende von Banditos, bis der gefüllt ist, der ganze Lastwagen. Ach, wie schön. Und jetzt noch eine Schraube, bitte. Die mache ich dann in dem... Wetter? Es ist leider das Flugzeug jetzt auch nicht so gut zu sehen. Es ist ein bisschen zu weit weg. Jetzt, oder? Eine schöne Schraube, bitte. Das ist im Real Life nicht möglich. Das Flugzeug wird aufeinander gerissen, wenn ein Flügel würden abfallen. Ach, geil. Weil, so ist es einfach so Sachen, die man nicht spawnen kann, wenn man nicht spawnen kann und Spass haben. Und weiter geht's. Kein Boom. Oh, ja. Oh, knapp. Was ist es geschafft? Schön. Oh, das macht Spass. Aber leider ist es halt eine geschlossene Lobby, weil wir nicht moden in öffentlichen Lobbys, oder? Ja, aber ohnehin kann das Spiel auffangen oder so. Ja. Deshalb machen wir das privat in einer privaten Lobby und deshalb leckt er halt ein bisschen. Aber sieht schon mega cool aus. Wow. Boah, das ist geil. Raketen, 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 Scheiße. Ah, wie scheiße. Achtung hinter dir. Ein schneller. Ein schneller Vogel. Ah, der, der mag kaputt. Geil. Sehr schön. Geil. Yeah, oh, du hast dich helfen können. Sehr schön. Oh, oh. Zieh hoch den Scheiß. Ah, ja. Lieber hochziehen. Wie geil. Alles klar. Wie geil. Oh, was los? Da kommt der Vögel. Da ist wieder so eine Benachrichtigung vom Driver oder sowas. Tschüss. Alles klar, wir landen wieder. Bin da einmal Platz machen hier. Ich nehme kurz so eine Fahne, äh, ein Auto mit meine ich. Ja, Weinwutboost, genau. Alles klar hier, ne? Heftig auch hier, weg damit. Schrottding hier. Wie einfach der Sound angeht, wenn du den zoomst. Es heißt, ich finde ja eine Logik. Keine Logik mehr. Ja, jetzt bist du klar. Warte, ich mache, ich mache einen richtig, ich mache einen richtig nice, warte. Wir machen eine perfekte Landung in Höchstgeschwindigkeit. Jetzt geht wieder das Sound. Oh, oh. Ja, jetzt ist er ganz kaputt. Jetzt ist er zerbrochen. Das Spielzeug ist zerbrochen, liebe Leute. Aber eben, Leute, die erwachsen sind, brauchen größere Spielzeuge und die gehen halt schneller kaputt. Aber gut. Natürlich. Sieht aber praktisch spektakulär aus, irgendwie. Oh, 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 oh. Guten Tag. Ja, ich, äh, ja. Blind. Aber die Schuhe, die gefallen mir so. Echt jetzt? Echt nicht. Echt, ach so. Und man, ey, war das nicht so, wenn man dagegenläuft, dass man dann so elektroschocktisiert wie, äh, äh, wie geht? Ja, im Singleplayer, oder? Also, ne, aber im Mono war das aber auch so. Ist das auch, Mono. Also, vor allem, äh, die Stromkästen, die überall hinstehen, die Generatoren, wenn man da drauf geht. Ey, hier an einer, hier an der Militärbasis, da war einer. Lass mich runtergehen, warte mal. Hier war irgendwo einer, der, da konntest du den ganzen... Gib mir mal Godmode oder so, oder Fallschirm. Ja, 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 ja. Fallschirm? Haier. Hast du kein Fallschirm? Perfekte Sache. So, wo ist hier Strom? Da hin, warte, warte, wo ist ein Auto? Hier vorne ist so ein, so ein Pickup. Da, ja. Scheiße. Oh, jetzt kommen die. Ich bin voll. Nein, nicht in mir. Du hast keinen Schaden bekommen. Nee, ich nicht. Aber ich, ich wurde abgeschossen und hatte keinen Schaden bekommen. Scheiße. Oh, jetzt habe ich den Schaden bekommen. Wow. Bin ich im Auto, habe ich den Schaden bekommen. Ich habe voll den Schaden bekommen, ja. Yeah, baby. Oh nein. Scheiße. Toll, guck mal, da vorne vorne. Ja, Mauten macht natürlich schon viel Spaß. Ja, aber auch nicht immer. Scheiße, nein. Danke schön. Ach schon. Ey, wir waren fast da. Ich weiß. Wir waren fast da. Sorry. Ah, hier ist der Karkasten. Frage ist, kann ich da jetzt gegenlaufen? Der Karkast. Weiß nicht. Hier ist der, ja. Hier ist der Ding ins Kasten. Aber ich gucke mal, wenn du, glaube ich, gegenspringst. Irgendwie habe ich... Ich habe den Zaun wieder aufgestellt. Ich kann den Zaun wieder aufstellen. Ich kann den Zaun wieder aufstellen. Laufen dagegen, vielleicht geht das ja. Im Singleplayer würde es wahrscheinlich gehen. Aua. Nee, nicht Dildos in meinem Video. Nein, ausmachen. Schauen auch Minderjähriger zu. So, ich gehe hier rein. Da. Holen wir mal einen Stromkasten. Okay, warte mal. Dann bioptieren wir uns zum Casino. Da gibt es Stromkästen. Echt jetzt? Also, ich meine... Aber hier, hier war aber einer. Hier, hier... Ich guck mal kurz. Hier war irgendwo einer, da konntest du gegenlaufen und der... Hat dich geschenkt. Ja, aber wo war es? Ja, hier. Ich wollte ein Video über das Flugzeug machen und nicht jetzt noch suchen, einen Stromkasten. Ja, dann, dann, dann tust du ein Ding ins rein. Cutte es, dann cutte es ab dem Punkt, wo es da nicht zu Ende war. Nein, ich cutte nicht, weil ich jetzt... Nicht Bock habe, dass mir das Video so langsam... Ja, schick mir die Dateien. Schick mir die Dateien. Ich cutte es. Ja, weißt du, wie lange die... Das Video Datei ist, die... Das ist schon irgendwie 10 Megabit groß. Scheißegal. Ne. Doch. Ähm... Wir teleportieren jetzt noch zum Casino und machen das nochmals, aber in spektakulärer Version, also in modded Version. Einfach kurzen Auto und mich teleportieren. Ja, warte, jetzt na oder hier. Äh, ein Kackarier. Ich war auch nur diesen Dingose. Gut. Er macht die aus, warte. Aber ich zeig dir, wo das Casino... Also ich mach mal ein Daypoint. Äh, hier. Da musst du dich hin teleportieren. Nicht fahren. Teleportieren. Genau. Hier. Wow, hier? Ja. Du machst das Modus. Okay, ich kann einfach die Stromkästen nehmen und einfach weg. Alles klar, guck mal hier. Kannst du raussehen? Ich seh's nicht, nein. Das System nur für den Modus sichtbar. Aber guck mal hier, ich kann... Die sind gar nicht mit Strom gefüllt. Also vielleicht die anderen hier. Die wissen. Ja, wenn du oben langläufst, dann ja. Ja, aber ich bin hier vor... Ja, genau. Ja, hier. Wir sind da langläufig. Jetzt, hier. Hier sind sie elektrisch. Äh. Nee. Kannst du mich bewegen irgendwie? Was? Dass du mich bewegst mit der Gravity Gun. Geh nicht. Genau, hol mal einen NPC aus dem Verkehr und tu ihn drauf. Mal schauen, ob er auch gebraten wird. Auch kurz zur Strasse, Rewe. Oh, wie schöne Punkte du da auf der Tüte hast. Ganz viele Blutpunkte. Oh, voll abkackt. Komm, abkackt. Hallo, Ruckack. Ja, ich will abkackt machen. Aber das wurde im Spiel nicht eingehakt. Ah, warte. Nein, ich springe, hüpfe. Furia, ja, nee, ich will ja... Du willst ein Ding jetzt haben, NPC, ne? Äh, das ist... Dann war dann das Borne Chidenia. Und das Borne Chidenia. Jetzt musst du ihn einfach tragen mit der Gravity Gun, ja. Sehr gut. Und jetzt draufpacken, wa? Ja. Heftigst geil. Ja, richtig geil, guck mal. Wie, zack. Und ich auch wieder... Ich bin nur auf der A-Seite. Heber, wir würden ja nicht ges... Alles klar. Es besitzt nicht mehr. Sie sind ausgegangen. Guck mal, der ist ja jetzt zwischen. Oh jetzt, oh Gott. Wo ist der da zwischen? So, guck mal jetzt hier, warte jetzt, jetzt. Was war das, wenn ich den jetzt hier zwischen tue und dann... Alles klar. Also, warte, ich glaub, der hat seine... Ich glaub, der hat... Der muss, glaub ich, in Hilfe, oder? Komm, wir schieß ihn weg. Bye, bye. Okay. Scheiße, dann sind wir vorne wieder. Bei mir liegt der hier, wo ich jetzt hinten bin. Ja, bei mir liegt der jetzt... Äh, da hinten. Okay, bei mir liegt der hinten. Also, dann, äh, machen wir spä... Äh, ja. Ein paar Tage noch mal ein Video und dann... Falls tue ich noch einen Singleplayer-GATR-Projekt starten. Mit viel interaktivem Zeug. Also, ich will dann... Wahrscheinlich. ...machen mit, Challenges. Wahrscheinlich. Ja. Das kannst du nicht. Du hast einfach die Qualität nicht. Tschüss. Tschüss. Haut rein.